Herzlich Willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Und wir haben uns für heute auf einen Zuschauerwunsch hin vorgenommen, unsere Top 5 Gebots-Beats-Spiele, wie sagt man auf Deutsch? Auktionsspiele. Meistens dasselbe. Bidding Games, Auktionsspiele, ja. Auktionsspiele vorzustellen. Das heißt, Spiele mit einem zentralen, also bei dem der zentrale Mechanismus ein Bid-Mechanismus ist, KT-Beat-Mechanismen, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, das heißt im Endeffekt, dass halt jeder Spieler hat normalerweise eine Ressource in der gleichen Anzahl, also meistens ist es klassischerweise, wer ist Geld oder irgendeine andere Währungseinheit und damit muss man halt auf bestimmte Gegenstände, neue Ressourcen etc. bieten und wer halt das höchste Gebot abkriegt, gewinnt die Auktion. Es gibt unterschiedliche Gebotsarten. Der meisten von euch dürften wissen, eBay ist eine Zweitpreis-Auktion, das heißt, ihr zahlt bloß den Preis, den der Zweitdurchsdebieter zahlt. Es gibt auch andere Auktionstypen, sogenannte All-Pay-Auktions, wo jeder Spieler alles zahlen muss. Das ist natürlich dann für Spieler auch besonders interessant, welchen Auktionstyp sie verwenden und dann vor allen Dingen auch, wie die Spieler, wenn Auktionen über mehr oder drunter laufen und wir haben einige dieser Spiele, wie Spieler dann wieder an Ressourcen kommen. Ich glaube, das lohnt sich dann bei jedem Spiel genauer anzuschauen. Nach was habt ihr eure Auktionsspiele ausgesucht? Was war euch wichtig? Also außer, dass sie den Auktionsmechanismus haben. Ja, ich persönlich, für mich ist schon wichtig, wie der Auktionsmechanismus aufgezogen ist, weil, wie du gerade sagst, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Dieses einigentliche eBay-System, dass man sozusagen nicht sein eigentliches Höchstgebot zahlt, sondern das vom Zweithöchsten, kenne ich jetzt in Spielen eigentlich wenig bis gar nicht. Normalerweise ist es ja eher so, der Höchstbietende gewinnt einfach und zahlt sein Geld oder es sind geheime Auktionen. Also jeder legt geheim sozusagen sein Höchstgebot, es wird offenbart, welches Gebot geboten wurde und dann gewinnt sozusagen der mit dem höchsten Gebot die Auktion. Und ich mag beide Auktionsarten, aber für mich ist schon relevant beim Spiel, wie die Auktion an sich abläuft. Also was passiert mit dem Geld? Fließt es dann an andere Spieler oder fließt es in eine Bank? Und das Spiel muss sich einfach flüssig anfühlen. Ich mag es umgehen, wenn es so ein bisschen gekünstelt ist und okay, jetzt kommt noch mehr Geld nach und ja. Also was mir ganz wichtig war, ist, dass es was anderes ist als klassische Auktionen, weil es gibt Spiele über Kunstgegenstände, also man auktioniert auf Kunstgegenstände. Und das ist halt genauso wie dann auch echte Kunstauktionen. Und ich habe meine Auswahl deswegen danach aufgebaut, was sind Spiele, die jetzt vielleicht nicht ganz klassische Auktionen, also wo man nicht Auktionsmechanismen direkt erwarten würde, aber wo es recht intelligent umgesetzt ist. Das war für mich die Kategorie, oder mein Kategorie. Was war es bei dir? Bei mir war es einfach so, dass ich von den Auktionsspielen die genommen habe, die mir am meisten Spaß bereiten. Ganz simpel, die ich einfach am besten finde. Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe mich auf Spiele beschränkt, bei denen wirklich Auktion der Hauptmechanismus des Spiels ist. Weil es gibt viele Spiele, die haben so einen kleinen Auktionsmechanismus dabei. Jido zum Beispiel. Oder vielleicht eins auf meiner Liste. Also ich habe mich beschränkt auf Spiele, wo wir gesagt haben, das sind Auktionsspiele, da ist nichts anderes dabei. Ich habe eine Ausnahme, aber ansonsten auch eher Spiele, wo es hauptsächlich nur um Auktionen geht. Okay, dann bin ich gespannt, was auf euren Listen steht und wir steigen ein mit Platz 5. Auf meinem Platz 5 ist auch schon das Spiel, das ich gerade angedeutet habe, wo eben das Auktion nur ein Mechanismus ist. Und zwar Funkenschlag oder Power Grid auf Englisch. Hat eine relativ große Schachtel für ein Bidding Game. Und zwar geht es darum, dass es in mehrere Phasen unterteilt und eben die erste Phase ist eine Auktion und man bietet auf Kraftwerke. Und später in der zweiten Phase geht es dann darum, Ressourcen zu sammeln und in der dritten Phase muss man dann Städte versorgen. Und eben für das Städteversorgen bekommt man Siegpunkte und am Ende gewinnt eben der, der die meisten Siegpunkte gesammelt hat. Es ist einfach für mich ein sehr stimmiges Spiel. Ich finde, es macht thematisch sehr viel Sinn. Und auch der Bidmechanismus, auch wenn er nur einer von drei Phasen ist, nimmt doch einen großen Raum ein, finde ich, und auch ein sehr wichtiges strategisches Element in dem Spiel. Ja klar, weil die Kraftwerke, die man bietet, die bestimmen ja, welche Ressourcen man später braucht und wie viele Städte man versorgen kann. Also wenn ich beim Bieten sozusagen nicht die Kraftwerke hol, die ich gern hätte, dann habe ich in den späteren Phasen den Problemen. Ja. Ja, ich habe kein Spiel dabei, weil keiner von uns das Spiel besitzt. Das Spiel heißt For Sale. Das ist, glaube ich, eines der ältesten Auktionsspiele, die ich kenne und die ich, ich glaube, das ist schon, seit wann kenne ich dieses Spiel? Also ich kenne es mindestens schon seit zehn, zwölf Jahren, irgendwie so etwas. Dieses Spiel ist eigentlich ganz einfach, sehr simpel. Es sind zwei Phasen unterteilt. Beide Phasen sind Auktionen. Zuerst habt ihr Geld, also es sind dann so Pappmünzen und ihr bietet auf Wohneinheiten oder Grundstücke, die nummeriert sind von 1 bis 25 und ihr versucht möglichst hoch zu bieten, um die besten Grundstücke zu bekommen. In der zweiten Phase legen dann, also dann habt ihr sozusagen die verschiedenen Grundstücke gesammelt. In jeder Auktion kriegt jeder immer Grundstücke zugeteilt. Das hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Also derjenige mit dem höchsten Gebot bekommt das höchste Grundstück, mit dem zweithöchsten Gebot das zweithöchste und so weiter. Das heißt, jeder hat zum Schluss eine Handvoll an Grundstücken und ihr versucht dann in der zweiten Phase, liegen dann Geldbeträge wieder aus und ihr versucht sozusagen mit den Grundstücken auf die höchstmöglichen Geldbeträge zu bieten. Und zum Schluss, wer am meisten Geld gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Also es ist eine zweifache Auktion, ein sehr einfaches Spiel, sehr kurzweilig. Man hätte es vielleicht auch in die Filler-Games mit reinnehmen können, weil es auch sehr einfach zu erklären ist. Ich habe noch ein Spiel auf meiner Liste, von dem ich glaube, dass es ein bisschen besser ist als For Sale, deswegen bei mir nur auf Platz 5 und eigentlich auch bloß deswegen auf Platz 5 aus Nostalgie gründen. Naja, auf jeden Fall. Es hat genau diese zwei Mechanismen, die wir vorher angesprochen haben, nämlich offene und verdeckte Auktionen. Weil die zweite Phase läuft ja verdeckt auch noch ab. Genau, ja. Das heißt, das Spiel ist nichts anderes. Es sind nur diese beiden Auktionen. Es ist nicht mehr dabei. Es ist keine weitere Clou dabei. Ja, das hätte es bei mir auch definitiv in die Top 10 bei den Games geschafft. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur, ich beat zweimal. Ja, ich finde es aber sehr thematisch und sehr schön, ukursweilig, was Max schon gesagt hat. Die Bilder sind lustig. Und da gibt es jetzt auch eine Neuauflage, oder? Die ist aber leider nicht auf Deutsch erschienen. Das Spiel hat schon... Aber in den älteren Versionen gibt es auf Deutsch. Also das Spiel selbst ist sprachneutral, da sind ja bloß die Karten mit den Zahlen drauf. Und ich glaube, das letzte Mal, dass es eine deutsche Auflage gab, war vor zehn Jahren ungefähr. Kann das sein? Kann sein. Aber irgendwo im Englischen sind dauernd wieder neue Auflagen erschienen. Also man bekommt es schon noch, ja. Mein Spiel ist Traumfabrik. Das ist schon ein etwas älteres Spiel, man bekommt es aber durchaus noch. Traumfabrik, auch eine größere Schachtel für ein Building Game, hat aber wirklich nur Auktionsmechanismen. Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Filmstudios, hat zu Beginn an drei Drehbücher von alten Klassikern wie King Kong, Casablanca, Verbinde, Verrät. Und dann wird eine Reihe um immer auf verschiedenste Plättchen geboten, die Regisseure, Special-Effect-Teams, Schauspieler, Gaststars symbolisieren. Und jedes Mal, wenn ich sozusagen ein Gebot gewinne und mir diese Plättchen sichere, dann verteile ich die auf meine Drehbücher. Und ein abgeschlossenes Drehbuch, also damit ein abgeschlossener Film, bringen mir Siegpunkte. Und während des Spiels und am Ende des Spiels werden doch so eine Art Oscars verliehen, die zusätzliche Siegpunkte bringen. Oscars gibt es wieder nur für abgeschlossene Filme. Es gibt die Filme in verschiedenen Kategorien, wie Drama und ich glaube Historien, irgend sowas in die Richtung. Und man gewinnt am Ende halt dann mit den meisten Siegpunkten. Ich finde das Spiel sehr, sehr schön thematisch gemacht. Es sind alles echte Filme, alles echte Regisseure und Schauspieler. Das einzige Problem, warum es nicht noch höher gekommen ist, ist der Mechanismus des Bieten. Der ist sehr simpel. Jeder hat Geld und bietet einfach Reihe um, bis der Höchstbietende feststeht. Der Höchstbietende zahlt dann diesen Betrag nicht an die Bank, sondern gleichmäßig an alle Spieler aus, an alle Mitspieler. Das heißt, wenn ich jetzt eine Höchstbietende mit fünf Verträgen, also die Währungseinheit sind Verträge, wenn ich jetzt sechs Verträge biete und ich habe drei Mitspieler, dann muss ich jedem davon zwei Verträge geben. Das ändert natürlich auch ein bisschen die Strategie, die ich fahren muss bei Traumfabrik, weil wenn ich halt mit nur zwei Spielern spiele und wenn ich mit vier Spielern spiele, dann ändert das natürlich die Menge des Geldes, die die anderen von mir bekommen. Ich finde, es ist eine wirklich sehr gute Wahl. Und was ich vor allen Dingen überraschend finde, ist das Thema für ein Bidding Game. Ich glaube, ich wäre da nicht drauf gekommen, dass man dieses Bidding-Mechanismus wirklich so gut auf diese Film-Drehgeschichte umsetzen kann. Das passt sehr gut, das stimmt. Es ist halt eine glaubhafte Umsetzung. Ich habe Verträge und biete es halt irgendwie den Leuten an, dass die zu meinem Film kommen. Ja. Auf Platz vier haben wir Markus und ich genau dasselbe Spiel. ein Spiel trägt den Namen Ra. Das ist ein Spiel, genauso wie Traumfabrik von Rainer Knizia. Ja. Das ist ein Spieleautor, der sehr viele Auktionsspiele gemacht hat. Ja, da haben wir was gemacht. Ja, aber ich kenne jetzt schon vier Auktionsspiele, die er gemacht hat. Bei Ra, das ist eigentlich ein ziemlich untypisches Auktionsspiel, habe ich so zumindest das Gefühl. Wir befinden uns im antiken Ägypten. Wir legen, wir haben ein Spielbritt und wir haben so Sonnenmarken vor uns, mit denen wir dann bieten können. Und es werden verschiedene Plättchen ausgelegt, die gewisse Effekte haben. Also diese Plättchen funktionieren in der Regel nie alleine, sondern immer im Verbund. Und wir versuchen dann auf diese, also sobald eine Auktion stattfindet, also das heißt dieses Spiel, man legt immer Plättchen aus und dann irgendwann tritt die Auktion ein. Entweder wenn einer der Spieler das bestimmt oder wenn eine bestimmte Karte gezogen, ein bestimmtes Plättchen gezogen wird. Und was ihr versucht ist, weil ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist, aber ihr versucht erstens möglichst bereit unterschiedliche Plättchen zu ersteigern, weil es nämlich Mali für die Spieler gibt, die am wenigsten Plättchen von einer Sorte haben. Und ihr braucht bei bestimmten Plättchen, also es gibt sogenannte Nil-Plättchen, da braucht ihr ein normales Nil-Delta und ein überflutetes, weil ansonsten gibt es keine Siegpunkte. Das heißt, ihr müsst bei diesen Auktionen immer ein bisschen schauen, was habt ihr bisher schon und was wollt ihr, auf welche Strategie geht ihr, was wollt ihr machen? Ich finde das Spiel wirklich, du sagst, das ist so was anderes als normale Auktionsspiele, ich finde das so interessant, vor allem mit diesem System, dieser Sonne, also jeder Spieler hält diese drei Sonnen und jede Sonne hat eine Zahl draufstehen. Und zwar gibt es jede Zahl nur einmal im ganzen Spiel, von 1 bis 16 glaube ich. Und der Trick ist, dass ich sozusagen nicht einfach Geld habe, welches ich beliebig zerteilen kann, wenn man so will, wie in einem anderen Auktionsspiel, sondern ich kann immer nur diese gesamten Materialien bieten. Das heißt, ich kann immer nur eine Sonne bieten, das heißt, man stellt es euch vor, ihr geht zu einer Auktion und ihr habt nicht Geld dabei, ihr habt Schecks dabei, drei Schecks und ihr könnt nur einen Scheck einmessen und den als Ganzes. Das heißt, ich würde gerne 12 bieten, das geht aber nicht, ich habe nur die 16er Sonne, dann muss ich die 16er Sonne bieten. Und die Sonnen verteilen sich auch nach den Runden immer wieder, also wir haben eigentlich schon während den Runden, weil man bekommt immer mit jeder Aktion die Sonne, die in der letzten Aktion geboten wurde. Aber das macht das Spiel schon sehr komplex und auch anders als andere Auktionsspiele. Es gilt auch bei vielen Fans als eines der besten Auktionsspiele, die es gibt, also zumindest zu erfahren. Ja, es ist auf jeden Fall eines auf der komplexeren Seite, würde ich auch so unterschreiben. Es ist auch soweit ich weiß, wirklich sehr beliebt, was ich sagen muss. Ich finde es thematisch nicht so schön wie Traumfabrik oder Funkenschlag. Ich finde, da kommt die Thematik nicht so gut durch. Aber ansonsten hätte es bestimmt auch meinen Top 10 geschafft. Gut, mit Thematik muss ich jetzt bei meinem nächsten Spiel auch nicht anfangen. Kuhhandel. Aber das punktet auch wieder eher durch die Einfachheit im Gegensatz zu Ra. Das ist auch relativ bekannt. Da geht es einfach darum, das ist auch ein reines Auktionsspiel. Jeder hat Währung auf der Hand und man muss Tiere sammeln im Endeffekt. Und die Tiere sind wirklich schön und witzig illustriert, wie ich finde. Ich finde, in der Neuauflagge sind sie nicht mehr so schön. Das stimmt. Das ist nicht die Neuauflagge in der Master-Version. Ja, ich finde auch die alte Version, die ursprüngliche, eigentlich witziger illustriert. Und es geht einfach darum, dass in der Mitte werden, man hat in seiner Runde zwei Möglichkeiten. Entweder man deckt eine Karte aus der Mitte auf und dann bieten alle anderen auf dieses Tier. Oder man tauscht, also man legt ein Tier von sich in die Mitte und wählt ein Tier bei einem Gegner, der sein Tier auch in die Mitte legt. Und dann wird eben darauf geboten. Und wer dann das meiste bietet, kriegt die beiden Tiere und der Unterlegene kriegt dann dafür das Geld. So eine Katze zum Beispiel in diesem Spiel. Genau. Also ihr seht schon, es ist wirklich liebevoll illustriert und, finde ich, punktet durch die Einfachheit. Halt, hier schauen wir das nicht an, sonst kriegt sich der Max nicht rein. Ja. Ja, ist ein schönes Spiel. Auf jeden Fall. Es ist sehr einfach. Es muss auch wieder eher ein Filler-Game. Dieses Spiel dauert wesentlich länger. Das kann man gut für zwischendurch spielen. Und ich glaube, das was so besticht und vielleicht was, was es auch ein Stück weit besser ist. Ich habe nicht an Kuhhandel gedacht. Was es vielleicht ein bisschen besser macht als For Sale, ist tatsächlich die Illustration. Und du kannst das, also ich glaube, die Thematik ist so, dass du sie wirklich mit jedem spielen kannst. Ich persönlich mag das auch lieber als For Sale, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe es, Spoiler schon mal, ich habe es nicht auf meiner Liste, obwohl es definitiv in meinen Top 10 zum Beispiel drin wäre. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass es besser als For Sale ist, weil es einfach nicht nur zwei Auktionen sind. Es ist auch noch ein bisschen Handel, ein bisschen Bluff. Es hat noch ein bisschen was dabei. Es ist immer noch ein Aktionsspiel. Ohne Frage. Aber es hat ein bisschen mehr. Aber die Art, ich meine, die Zeichnungen bei For Sale sind auch ganz schön eigentlich. Die Häuser, die verschieden viel Wert sind, das ist doch nett. Ja, aber das ist nicht so gut. Ach so die Strohhütte und danach am Ende irgendwie die Raumstation. Ja. Aber es hat keine putzigen Tiere. Ja. Okay. Gut. Gehen wir weiter zu Platz 3. Auf meinem Platz 3 ist Morgenland gelandet oder im Englischen Aladdin's Dragons. Vielleicht kennt man es da ein bisschen eher. Dieses Spiel ist ein eigentlich reines Auktionsspiel, könnte man sagen, wobei es sehr viel mehr dabei ist. Es gibt ein großes Spielbrett. Dieses Spielbrett wird immer der Reihe nach von unten nach oben abgehandelt. Ganz unten sind so Katakomben mit Drachen. Warum auch immer, wie es das so gibt. Und weiter oben kommt es dann zum Markt oder zum Sultanspalästen und so weiter. Und der Trick ist, man bietet auf die einzelnen Felder, die Felder werden nachher dann abgehandelt und auf jedem Feld kann man was anderes erreichen. Also unten in den Höhlen kann man Schätze bekommen. Auf dem Markt kann man eher noch so Handkarten sich steigern. Und in den Palästen oben dann kann man für die Schätze, die man unten gesammelt hat, ja so Artefakte kaufen. Diese Artefakte sind einerseits Siegpunkte, aber andererseits geben sie ja auch noch Vorteile während des Spiels. Und ich finde das sehr schön, weil es so vielschichtig ist. Also es ist nicht nur einfach so simpel, okay, ich habe Geld, Biete und Siegpunkte, sondern ich biete erstmal auf Schätze, mit den Schätzen hole ich mir dann anderes. Das finde ich ganz schön gemacht. Was mir auch sehr gut gefällt, ist der Mechanismus, wie man am Ende, wenn man in den Tempel oben ist, äh in den Palästen oben ist, da muss man ja auch seinen Marker hinlegen. Und man bietet nicht mehr Geld, sondern jeder Spieler hat, ich glaube 8 Marker. Das sind verdeckte Marker mit den Zahlen 1 bis 9, wobei die Zahl 3 fehlt, der mich jetzt nicht alles täuscht. Und man legt die verdeckt hin und wenn man zum Feld kommt, um das abzuhandeln, decken alle Spieler ihre Marker auf und der mit der höchsten Summe gewinnt. Der Witz ist aber, dass wenn ich in den unteren Feld, das ist einfach der höchste Summe gewinnt und der darf sich zuerst was nehmen. Oder überhaupt was nehmen. In den Palastfeldern ist es allerdings so, dass derjenige mit der höchsten Summe diese Summe an Schätzen auch zahlen muss. Das heißt, du versuchst eher einfach nur die anderen zu überbieten, sondern du versuchst zu schätzen, was legen denn die anderen rein, weil ich will nicht nur überbieten, ich will sie möglichst knapp überbieten. Und nicht nur die Summe der Ziffern sozusagen ist relevant, sondern auch die Anzahl meiner Marker, die ich hingelegt habe. Wenn ich einen Marker hingelegt habe, mit der Zahl 6 zum Beispiel, dann muss ich 6 Schätze zahlen, um das Artefakt zu kaufen. Wenn ich aber 2 Marker hingelegt habe, die in der Summe 6 haben, dann muss ich den Schatz mit 6 Schätzen, also den Artefakt mit 6 Schätzen aus 2 verschiedenen Arten bezahlen. Konnte man mir folgen? Ja, so halb. Das war jetzt eine Regel des Spiels erklärt. Es ist thematisch wunderschön gemacht, es hat ein sehr schön gestaltetes Spielbrett, schönes Spielmaterial muss ich sagen. Aber ich meine, es ist nicht so unüblich, dass bei Auktionsspielen, dass man dann auch versucht, möglichst knapp an das dran zu kommen, was der andere dann legen. Ja. Also ich glaube, das gehört immer zu Auktionen mit dazu. Also bloß, weil du das jetzt eher zur Erfahrung gewonnen hast. Okay, tut mir leid. Lass mich anders formulieren. Du bekommst deine Marke zurück nach jeder Runde. Also diese Token mit den Zahlen. Das heißt, rein theoretisch, man könnte es an dem Spiel auch rauslassen. Man hätte es rauslassen können. Weil dann hättest du halt sozusagen einfach sagen können, ja gut, ich versuche halt das unbedingt zu bekommen und dann bekomme ich halt da das Artefakt oben. Dafür muss ich halt, habe ich halt bei anderen dann weniger gelegt bei anderen Orten. Aber du hast natürlich recht. Rein theoretisch ist natürlich in den meisten Auktionsspielen der Wunsch, dass man nur knapp überbietet. Genau. Also bei Kuhhandel versuche ich auch, oder bei For Sale versuche ich auch, daraus zu finden, was der andere liegt. Und das nur knapp zu überbieten. Ja, okay. Zwei schlechte Argumente. Weil meine höchsten Wertschätzungen versuche ich immer damit, ich versuche immer zu übertreppen. Also, aber ich verstehe, was du sagen möchtest. Ich sollte niemals an Faktionen gehen. Ich verstehe, was du sagen möchtest. Überraschung, bei Drachenfaust ist das auch so. Man versucht zu schätzen, was die anderen legen und versuche sie knapp zu überbieten. Nein! Ist das etwa eine Auktionsspielkarte? Ja! Tatsache! Wow! Und ich finde, das besticht auch wieder durch Einfachheit. Jeder Spieler hat Gold. Das ist die Währung, mit denen ich auch biete. Und es gibt Gold, das wird über mehrere Runden gespielt. Und es gibt Gold, was ich am Ende der Runde wieder zurückkriege. Und Gold, das ich, wenn ich es einmal einsetze, danach weg ist für das ganze Spiel. Und es geht darum, so Drachensteine zu sammeln. Und die kann man dann mit Karten in Siegpunkte umwandeln. Das gewinnt als Erster, der drei Siegpunkte hat. Auf was biete ich jetzt? Man bietet auf Karten in der Mitte. Jede Runde bekommt ein anderer Kartenstapel ins Spiel, der immer ein paar gleiche und zwei neue Karten enthält. Aber alle Spieler wissen, welche Karten das sind. Also man kann sich merken, welche Karten in der Runde komplett dran sind. Und dann werden die gemischt, verdeckt aufgelegt. Und dann wird halt eine Karte aufgedeckt. Auch die müssen dann alle Spieler mit ihrem Gold bieten. Das ist so. Man nimmt halt die Menge Gold, die man bieten möchte, in die Hand, streckt die in die Mitte, deckt auf. Und derjenige, der das meiste Gold geboten hat, muss es zahlen in die Bank und kriegt dann eben die Karte bzw. den Effekt der Karte drauf ist. Im Normalfall wird die Karte einfach abgelegt. Genau. Und man muss sich halt... Man hat gute Chancen, wenn man eben einschätzen kann, wie viel die Gegner... Also wer jetzt diese Karte möchte unbedingt, vielleicht bietet dann... Vielleicht möchte auch niemand diese Karte, dann kann ich sie ganz billig noch irgendwie abheisen, auch wenn sie nur einen kleinen Effekt hat oder so. Also es geht wirklich eigentlich fast ausschließlich darum abzuschätzen, welche Karten möchten jetzt meine Gegner, was ist die beste Karte für mich. Muss jeder das Gold zahlen, was er geboten hat? Also ist das dann weg? Ja. Das ist dann auch weg. Allerdings, wie gesagt, du hast ja gesagt, es gibt dieses Feengold, dieses spezielle Gold, was du nach jeder Runde, jede Runde dauert diese zehn Karten eben. Genau. Den bekommst du jetzt zurück. Aber das ist wenig Gold für zehn Karten. Also ich habe das das erste Mal gespielt und... Ja. Also das muss man wirklich überlegen. Es sind zehn Karten und du hast, wenn jetzt mal diese zwei Goldstücke, mit denen du das Spiel beginnst, und man davon absieht, hast du zehn Feengold dafür. Also das ist... Du musst schon überlegen, worauf du bietest. Ja. Man muss gut haushalten können. Vor allen Dingen eben auch, wenn ich halt... Es ist ärgerlich, wenn ich verliere und viel geboten habe, weil mein Gold dann halt weg ist auch für die Runde. Oh mein Gott. Und das heißt Drachenfaust, aber wenn du mit der Faust hinlässt. Oh mein Gott. Das ist wie gut designt. Und es um Drachensteine geht. Ja, das Thema ist vielleicht ein bisschen auswechselbar. Ja. Aber ich finde, es hat ein schönes Artwork. Und wie gesagt, besticht wirklich durch die Einfachheit und durch dieses... Es geht wirklich nur darum zu schätzen, was bieten jetzt die anderen? Wie viel ist es mir wert? Mit wie viel kann ich sie überbieten? Ja. Vielleicht blöff ich. Vielleicht nicht. Okay. Auf meinem Platz drei ist ein Spiel, was ich vor einiger Zeit gespielt habe, was ich selber leider noch nicht besitze. Das heißt Biblios. Dieses Spiel ist ein Auktionsspiel, aber nur zur Hälfte, weil es hat nämlich zwei Elemente. Im ersten Abschnitt des Spiels draftet man. Und wenn man mich kennt, weiß, ich mag Draftmechanismen sehr gerne. Biblios ist so ein bisschen an Geistlichkeit angelegt, dieses Spiel. Aber es ist nicht so thematisch verbunden. Der Clou ist, es gibt einen Kartenstapel. Reihe um. Jeder Spieler deckt fünf Karten auf. Eine davon darf er auf die Hand nehmen, also nacheinander. Das heißt, man muss sich auch entscheiden. Eine Karte nimmt man auf die Hand und die anderen gehen in einen Stapel vor sich. Und der wird dann in der zweiten Runde verauktioniert. Ihr versucht, es gibt insgesamt fünf unterschiedliche Kategorien. Und ihr versucht, für jede dieser Kategorien gibt es dann Punkte. Also wir können sie einfach nennen. Blau, Lila, ich glaube Orange ist noch eine Kategorie, also es sind hauptsächlich Farben. Und ihr versucht, am Schluss des Spiels möglichst viele Karten von einer dieser Kategorien haben. Weil derjenige, der die meisten Karten von dieser Kategorie hat, dem gehört die Kategorie. Und der Clou an diesen Kategorien ist noch, die sind repräsentiert durch Würfel. Also sechsseitigen Würfel von eins bis sechs Punkten kann man damit machen. Und ihr könnt mit den Karten auf eurer Hand nicht nur versuchen, diese verschiedenen Kategorien für euch zu gewinnen. Sondern ihr versucht auch, sozusagen zu verändern, wie viele Punkte die jeweiligen Kategorien betrinken. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, die blaue Kategorie, da wird der Würfel jetzt um eins nach unten gedreht. Man startet mit drei, dann wäre er bloß noch bei zwei. Und ihr könnt damit beeinflussen, wer wie viele Siegpunkte bekommt. Und der Auktionsmechanismus in der zweiten Runde, da werden dann die Karten verauktioniert, die ihr am Anfang eben offen ausgelegt habt. Und ihr könnt das dann auch machen mit euren Handkarten. Also es gibt unterschiedliche Karten. Ihr könnt Gold auf der Hand haben. Also vorher, was ihr gedreftet habt. Und damit dann auf Karten geht. Und das ist, glaube ich, es ist wesentlich komplizierter als For Sale. Aber das wäre das Spiel, wo ich sagen würde... Klingt zumindest komplizierter. Ja, aber ich glaube, der Punkt ist... Also du hast vorher richtig gesagt, For Sale sind zwei Auktionen hintereinander geschaltet. Und das ist ein bisschen dahingehend ein wenig langweilig. Und ich glaube, Biblios macht das genau richtig. Es hat noch sozusagen diese erste, diese Draftphase als erstes, was das Spiel ein bisschen anspruchsvoller macht. Aber deswegen auch wesentlich interessanter. Auf meinem Platz zwei ist auch Traumverdick, was Markus auch schon genannt hat und wozu ich mich ja auch schon geäußert habe. Deswegen nur ganz kurz. Es ist etwas komplexer als jetzt Kuhhandel oder Drachenfaust. Aber ich finde es einfach thematisch wirklich sehr schön. Die Komplexität ist durch die Thematik begründet. Und es macht wirklich, ist in sich einfach rund. Und deswegen hat es bei mir auch einfach so weit hoch geschafft. Ich habe auch ein Spiel, was wir schon hatten. Funkenschlag. Auch sehr gute Wahl. Ist eine sehr gute Wahl. Wir haben das ja vorher schon gesagt. Der Auktionsmechanismus ist in meinen Augen zentral, weil der bestimmt, wie man sich danach verhält. Weshalb ich dieses Spiel noch gut finde, ist, es ist thematisch extrem gut umgesetzt, weil es jetzt vielleicht nicht mit Auktionen auf Kraftwerken so viel mit der Realität zu tun hat. Aber wer sich ein bisschen mit dem Strommarkt auskennt und der Leipziger Strombörse, der weiß, das hat auch sehr viel mit Auktionen zu tun, wie da der Strommkapazitäten vergeben werden. Insofern finde ich dieses Spiel sehr, also thematisch extrem gut umgesetzt. Es gibt noch einen Haufen Erweiterungen für Funkenschlag. Also theoretisch könnt ihr das auch zu zweit, also auch alleine spielen. Und es gibt dann noch ein Roboter, also ich glaube, das heißt dann ein Roboter-Punkenschlag, ich weiß nicht mehr, eine Roboter-Erweiterung, womit ihr künstliche Intelligenz in dieses Spiel einfügen könnt und dann alleine gegen mehrere Roboter spielen könnt. Also Zufallsmechanismus, oder? Es ist kein Zufallsmechanismus, sondern der Roboter, den kannst du dir beliebt, also du ziehst verschiedene, also das ist dann tatsächlich ein Roboter und du baust verschiedene Teile aneinander und du ziehst die. Und diese Teile geben vor, wie er sich verhalten soll. Es ist nichts anderes als ein Algorithmus, den dann dieser Roboter, also du handelst dann den Algorithmus für den Roboter ab, klar, weil es ist ja kein richter Spieler. Und grundsätzlich wäre dieser Roboter schlechter, also natürlich, weil er hat ja bloß eine Strategie, die er erfolgt, aber er hat halt noch Spezialfähigkeiten, die dann dieser Roboter wesentlich stärker macht. Und ich glaube, mit den Möglichkeiten der Erweiterungen, also es gibt auch unterschiedliche Karten, ihr könnt die Energiekarte von Deutschland bespielen oder die von Amerika, es gibt Erweiterungen für Russland. Ich glaube, dieses Spiel gibt wahnsinnig viel und macht als Aktionsspiel sehr, sehr viel Spaß. Auch für Leute, die vielleicht nicht unbedingt auf Aktionen stehen, aber ja. Ja, und es ist auch wirklich sehr viel in dem Basisspiel auch schon sehr viel drin. Also auch das Basisspiel spielt sich schon sehr schön. Gut, dann ich habe jetzt mal ein neues Spiel dabei. Und zwar tatsächlich ein neues Spiel, nur nicht so lange zumindest auf dem Markt. Und zwar Going Going Gone, nur im Englischen erschienen, von dem Designer Scott Nicholson, den vielleicht der ein oder andere von anderen, also von seinem YouTube-Kanal kennt. Also auch ein Spiele-Retzelsor. Retzelsen. 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 Das Lustige an diesem Spiel ist, es ist Echtzeit und es finden sozusagen immer fünf Auktionen gleichzeitig statt. Die sind durch solche Becher symbolisiert, wo die Gegenstände, die sozusagen versteigert werden, daneben liegen. Und einer ist der Auktionator, der zählt runter von 10 bis 0. Und in dieser Zeit können die Spieler ihr Geld in Form von Würfeln in diese Becher legen oder werfen. Und wenn halt runtergezählt wurde, also auf 0, dann wird einfach ausgewertet. Und derjenige, der das meiste Geld auf einen jeweiligen Gegenstand geboten hat, erhält diesen Gegenstand. Das allein hat mich schon begeistert, muss ich sagen, weil es ist halt wirklich diese tatsächlich... Du bist aber einfach zu begeistern. Nein, das ist nicht... Oh, da sind Becher und da kann ich Würfel reinwerfen. Das muss ein geniales Spiel sein. Ich fand das sehr... Das ist das einzige Auktionsspiel, das ich kenne, das ist ein Echtzeitmechanismus, nutzt. Gerne. Es ist wirklich so, wie du es vorstellst. Schaut euch vor, ihr seid bei Ebay, euch interessieren fünf Artikel und die laufen alle zur selben Zeit aus. Darauf geht es effektiv. Und es bieten Leute dagegen. Was ich an dem Spiel noch sehr, sehr gut finde, ist, die meisten anderen Auktionsspiele, man hat ja einen Vorrat an Geld und bietet auf Gegenstände. Diese Gegenstände bringen am Ende des Spiels Zielpunkte. Und das Geld, das man hat, entweder füllt es sich wieder auf oder man bekommt von anderen Spielern wieder was. Irgendeine Möglichkeit gibt es meistens. Und das ist in dem Spiel nicht. Man startet mit 20 Währungseinheiten, Dollar, glaube ich einfach. Und der Witz ist, ich kann die Artikel, die ich gekauft habe, jederzeit wieder verkaufen. Und wenn ich aber Sets gesammelt habe, zum Beispiel viele Artikel aus einem Land oder viele identische Artikel aus verschiedenen Ländern, dann kann ich die zu einem höheren Preis verkaufen. Das heißt, der Witz des Spiels ist, dass ich, ich muss wieder verkaufen während des Spiels. Das sind sieben Runden. Damit komme ich unmöglich aus mit meinem Anfangskapital. Aber ich will natürlich wieder mit Gewinn verkaufen. Das heißt, andere Spieler haben Verlust? Nicht unbedingt. Also es kommt eine viel Spielerzahl drauf an. Also wenn man es jetzt zu dritt, zweit, dritt spielt, kommt da zu zweit still? Wenn ich das jetzt in uns in der Zelle erzähle. Zwei bis jetzt. Ja, dann steigt eigentlich die Geldmenge. Wir hatten es jetzt letztens zu fünft gespielt. Und zwei Spieler hatten am Ende mehr Geld als Startkapital. Ja. Und der Rest hatte genau das Startkapital am Ende wieder. Das heißt, drei von fünf Spielern hätten eigentlich sozusagen nicht mitspielen müssen. Sie hätten einfach sagen können, ich biete bei keiner einzigen Aktion. Und sie hätten das selbe Ergebnis haben können. Das ist schon ein anstrengendes, schweres Spiel. Und man muss sich genau Gedanken machen, welche Gegenstände will ich unbedingt haben. Und vor allem, man darf einfach nicht blind reinwerfen. Weil wenn ich jetzt den Gegenstand für sieben Dollar ersteigere und ich bin danach gezwungen, ihn für zwei zu verkaufen, ist das halt nicht wirklich vorteilhaft. Obwohl ich dich da so in diesem Spiel geschlagen habe, muss ich sagen, das Besondere ist wirklich, dass es halt diesen Echtzeitmechanismus hat. Aber es ist halt auch genauso stressig, wie es sich anhört. Und der Auktionator, der halt von zehn auf eins runterzählt, spielt gleichzeitig auch noch mit. Und das wechselt natürlich durch, aber mich setzt es unter großen Stress. Gleichzeitig zu zählen, ohne dass man langsamer oder schneller wird und noch zu bieten, da es relativ kurzweilig ist, ist es für mich noch okay, aber ich muss es nicht mehrmals hintereinander spielen. Würde ich auch nicht sagen. Es ist ein anstrengendes Spiel. Man ist gestresst, wer das spielt, sondern danach ist man wirklich, okay, was habe ich bekommen und okay. Aber es dauert nicht lange. Es sind sieben kurze Runden und jede Runde besteht effektiv nur daraus, dass ein Spieler sagt zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. In der gleichbleibenden Geschwindigkeit übrigens, damit der Auktionator keinen zu großen Vorteil hat. Ja. Okay, dann schauen wir, was auf Platz eins auf uns wartet. So, und gerade habe ich noch so getönt, dass ich ja ein Spiel habe, was keine andere hatte bis jetzt. Und jetzt ist es bei mir passiert, auf meinem Platz eins ist Drachenfaust. Dieses Spiel scheint etwas älter, nicht mehr ganz so leicht zu bekommen, leider. Es ist meines Erachtens eines der besten, es ist das beste Auktionsspiel, das ich jemals gespielt habe. Ich meine, Kathi, du hast ja schon angepriesen, dieses Spiel. Es ist einfach, es ist genial gemacht. Die Mechanismen sind super gewählt. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich, weil man spielt ja immer mehrere Runden. Und es sind immer diese zehn Karten, mit denen man spielt. Und acht sind immer gleich. Und zwei kommen immer zufällig dazu. Und es gibt aber einen relativ großen Staub. Ich glaube, es sind über ein Dutzend verschiedene Karten, die mehrfach vorkommen, die da reinkommen können. Das heißt, kein Spiel ist wie das andere. Und man muss wirklich überlegen, welche Karten kommen in der Runde noch? Welche will ich noch? Und wow, dieses Spiel hat doch so viel mehr zu bieten. Da muss ich sagen, ich biete Geld. Die erste Karte, die ihn versteigert zum Beispiel, ist die Hexe. Und wer die gewinnt, der kriegt weder so einen Drachenstein noch einen Siegpunkt, sondern der kriegt den schwarzen Stein für diese Runde. Und wenn er den bietet, kann er eine andere Karte einfach negieren im Effekt. Also ich finde es genial, dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kann gemein sein, weil, du hast es schon gesagt, jeder verliert das Geld, das er geboten hat. Das heißt, wenn ich natürlich derjenige bin, der immer am zweithöchsten bietet, ist es schon sehr bitter, vor allem, weil es zum Beispiel den Dieb gibt und der sagt, der Gewinner stiehlt bei dem, der das Zweitmeister geboten hat. Also das ist so, oh, aber gleichzeitig ist es tatsächlich so eine Überlegung. Und der Dieb kommt und so überlege ich mir, okay, biete ich gar nichts, um einfach auf Nummer sicher zu gehen und hoffe, dass sozusagen irgendjemand schon eins oder zwei bieten wird und dann mit ihm geklaut wird? Oder versuche ich wirklich, das Meiste zu bieten? Ja, ich könnte es auch länger drüber schwärmen, aber das Meiste wurde schon gesagt. Für mich Platz 1, der besten Auktionsspieler. Ich finde es wirklich auch sehr gut, deswegen hatte ich es ja auch auf meiner Liste, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es bei dir auf Platz 1 ist. Dann hast du verloren, weil du das letzte Mal gespielt hast, oder? Ja, auch das anscheinend ist, Markus allgemein nicht so gut in Auktionsspielen. Habe ich gewonnen oder wurde ich Zweit? Du warst Zweit. Ich glaube, ich wurde Zweit. Also es gibt kein Zweit, wenn du spielst, wie ein Sieger. Ja, natürlich. Wir ließen dich im Glauben, du wärst Zweit. Du bist ja nur gefrustet, weil du so schlecht warst. Ich war nicht gut, ich war nicht gut. Nein, ich mag das Spiel wirklich sehr gerne, aber ich dachte, dass du eher irgendwie was Komplexeres auf deinem Platz 1 hättest. Nee, muss nicht sein. Okay. Komplexer heißt es nicht automatisch besser. Nein, natürlich nicht. Ich spiele so voller Thematik und voller... Ja, natürlich, man könnte jetzt sagen, man könnte auch eine andere Thematik drauflegen. Aber sie passt, sie ist okay. Ja. Meinem Platz 1 ist ein sehr einfaches Spiel. Eine Devolution. Stellt euch vor, ihr seid in einem Land oder in einer Stadt und dieses kurz vor dem Kippen, eine Devolution, steht bevor. Und ihr versucht euch, die Macht zu sichern. Wie macht ihr das? Ihr bestecht einflusserreiche Gruppen. Wie funktioniert Bestechung, wenn es mehrere Leute gibt, die dasselbe Ziel haben? In Auktionen. Genau. Das heißt, dieses Spiel ist ein Auktionsspiel und zwar ein reines Auktionsspiel. Es gibt unterschiedliche Gruppen. Es gibt den Schifffahrtskapitän. Es gibt den Söldner, die Wirtin und was weiß ich was. Und ihr habt unterschiedliche Mittel, um diese Personen zu bestechen. Und zwar gibt es den Zwang, die Erpressung und Gold. Und auf bestimmte Gruppen lassen sich die verschiedenen Dinge anwenden und auf andere nicht. Das heißt, ich kann mit Zwang zum Beispiel nicht den General versuchen zu erpressen. Die Personen. So, und das funktioniert jetzt alle gleichzeitig. Es geht in mehreren Runden. Und ihr versucht, auf verschiedene Gruppen zu bieten. Das heißt, ihr versucht zum Beispiel Gold auf die Wirtin zu bieten oder den General zu erpressen oder wie auch immer, um euch den Einfluss bei diesen Gruppen zu sichern. Und das geht so lange, bis letztendlich alle Einflussmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Alle Spieler bieten gleichzeitig. Derjenige, der das höchste Gebot abgegeben hat, gewinnt den Einfluss. Derjenige, der am zweithöchsten geboten hat, verliert. Das heißt, er kriegt nichts zurück. Das ist vielleicht etwas ungünstig, wenn man immer Zweiter ist. Das ist mindestens genauso gemein wie die Spiele. Mindestens. Noch gemeiner. Noch gemeiner. Weshalb ich dieses Spiel auf Platz 1 genommen habe, ist, erstens, es ist ein Auktionsspiel. Zweitens. Das ist ein gutes Argument. Ja, natürlich. In der Auktionsliste sollte das Spiel auf Platz 1 schon ein Auktionsspiel sein. Aber ich finde das wahnsinnig gut umgesetzt. Also ich finde sozusagen die politische Komponente, wenn man sich da rein überlegt, wie könnte das bei einer Revolution funktionieren. Und zwar jetzt nicht, wenn man die Heer- und Ziele einer Revolution hat, sondern dass es tatsächlich Machtgruppen gibt, die immer noch versuchen, ihren Einfluss zu wahren. Dann ist dieses Spiel extra extrem spannend. Der einzige Nachteil, den dieses Spiel vielleicht noch hat, es verändert sich nichts. Das heißt, auch die zweite Runde gibt es immer noch dieselben Einflussgruppen, auf die ich biete. Das Einzige, was sich verändert, sind die Spieler und die Strategien, die ich habe. Trotzdem ein tolles Spiel. Ich mag das sehr gern. Ich finde das auch interessant, dass es unterschiedliche Mittel der Auktionen gibt. Also ich habe drei, das habe ich ja schon gesagt, Zwang, Erpressung und Gold. Und die haben auch eine unterschiedliche Gewichtung. Das heißt, Zwang ist besser als Erpressung, ist besser als Gold. Aber nicht alles wirkt auf alle Gruppen, auf die ich Einfluss nehmen möchte. Das macht dieses Spiel äußerst interessant. Und deswegen ist es bei mir auf Platz 1. Auf meinem Platz 1 hat es wieder ein sehr leichtes, unkompliziertes, schnelles Spiel geschafft. Dieser Spiel ist auch leicht und schnell und unkompliziert. Aber es hat keine Katzen. Und Drachenfaust auch nicht so. Mein Spiel heißt nämlich Filou, die Katze im Sack. Es hat wieder sehr schöne Bilder, wie ich finde. Und es gibt... Auch die Symbole auf der Schachtel sind wirklich sehr hübsch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt... Angaben für Spielezahlen. Auch Katzen. Und jeder Spieler hat Handkarten. Alle die gleichen Handkarten. Und da sind halt Katzen drauf und die haben unterschiedlich viele Punkte. Dann gibt es... Es gibt auch Katzen, die Minuspunkte geben und Katzen, die Pluspunkte geben. Und es gibt tollerweise... Die Null ist ein Hase, weil es ist ja keine Katze. Also da gibt es auch keine Punkte. Ein Hase ist keine Katze. Diese Erkenntnis-Hase. Na, red mal weiter. Und jeder hat die gleichen Handkarten von Anfang an. Und dann pro Runde legt jeder Spieler eine Karte in die Mitte. Und diese Karten in der Mitte bilden sozusagen den Sack. Ich habe eindeutig die Spiele mit den schönsten Bildern. Kannst du ja auch mal zeigen. Das ist die Goldkatze. Das ist die wertvollste Katze. Zeig mal die Hasenkatze. Dann gibt es eine ganz wertvolle Katze. Die schauen schon nicht mehr ganz so preisgegrült aus. Der Preis ist eigentlich fast noch schöner. Und hier, für alle, die getäuscht wurden, haben wir auch natürlich noch den Nullpunkt Hasen. Hier, das ist keine Katze. Genau. Und dann gibt es eben auch noch Katzen, die Minuspunkte geben. Und es gibt auch noch Hundekarten. Hundekarten, die, wenn sie in dem Sack sind, Katzen wieder vertreiben. Also sozusagen den Stapel in der Mitte weniger wertvoll machen. Also man hat dann in der Mitte eben diesen Stapel aus verdeckten Karten. Und darauf wird dann geboten. Und derjenige, immer wenn man aussteigt, bekommt man Geld dafür. Bekommt man Geld, wenn man aussteigt. Und umso länger man dabei bleibt, also umso später man aussteigt. Danke. Umso mehr Geld bekommt man. Und immer wenn jemand aussteigt, wird sozusagen die nächste Karte in der Mitte offenbart. Also gleichzeitig weiß man auch immer genauer, was da jetzt drin liegt. Und wie viel eigentlich dieser Sack wert ist im Endeffekt. Und der Trick ist sozusagen dabei, dass man möglichst lange sozusagen dabei bleibt. Um halt möglichst viel Geld zu kriegen. Aber auch zu pokern, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe da einen Hund reingelegt, dann will ich trotzdem lange dabei bleiben. Aber ich will vielleicht den Sack gar nicht, weil der Hund vertreibt ja eine Katze. Und dann ist der Sack ja gar nicht so viel wert. Oder ich habe eine hohe Punktkatze reingelegt und hoffe halt, dass die anderen Spieler das kleinen Hund gelegt wurde. Dann will ich den Sack natürlich trotzdem. Und man muss immer so ein bisschen halt abschätzen. Was habe ich jetzt gelegt? Was haben die anderen gelegt? Wann steige ich besser aus? Also es ist wirklich sehr, obwohl es sehr einfach und schnell erklärt ist, muss man doch viel nachdenken. Und das ist wirklich sehr schön. Und es macht sogar thematisch, finde ich, Sinn. Obwohl es so einfach ist. Dass man Katzen in den Sack gesteckt. Das kann man aus dem Mitleiter. Genau, die Katze im Sack. Das ist ja ein klassisches Sprichwort, was ja einen wahren Hintergrund hat. Also ich glaube so, wie du es jetzt erklärt hast, hat das auch ein Auktionsmechanismus. Also ist dieser Auktionsmechanismus durch etwas angereichert, was wir in keinem der anderen Spiele bisher hatten. Dass man sozusagen das, worauf auktioniert wird, zuerst noch selber in der Gruppe erstellt. Und das macht das Ganze, das gibt dem Ganzen dann nochmal ein anderes strategisches Element, was dieses Spiel natürlich wesentlich reicher macht, als jetzt in deiner Auktionsmechanismus. Vor allem, du weißt eben nicht, was erfasst du genau. Biet es. Genau. Du weißt halt nur, du erkennst deine Karte. Mit ein bisschen Glück wurde schon die eine oder andere Karte vom Mitspieler aufgedeckt. Aber mehr weißt du auch nicht. Aber das macht das Spiel wirklich, wirklich sehr interessant. Wenn ich einen Hund reingelegt habe, gerade den großen Hund, der die Katze mit der höchsten Punktzahl vertreibt, dann will ich ja meinen Mitspielern irgendwie weismachen, dass dieser Sack viel wert ist. Und dann biete ich natürlich am Anfang stark mit und steige dann irgendwann mal aus. Eben, das Interessante ist auch, dass es eben gar nicht unbedingt das Beste ist, am meisten zu bieten, sondern vielleicht ist es auch das Beste, einfach möglichst spät auszusteigen. Bei manchen Inhalten sicherlich. Okay, das waren jetzt unsere Top 5 Auktionsspiele. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es hat euch selber ein bisschen Anregungen gebracht. Vielen Dank nochmal für die Anregung, diese Top 5 zu machen. Wenn ihr andere Anregungen habt, immer gerne lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, Daumen hoch. Wenn euch Katzenspiele gefallen, dann auch. Ich weiß nicht, ob wir mal eine Review zu Katzenspielen machen. Ich weiß nicht, wie viel es da gibt. Der Markus denkt schon nach. Auf jeden Fall, genau, wenn euch generell gefällt, was wir machen, dann abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.